Willkommen bei Let's Play Pupke mit Müller und Morf, Tagchen! Moinze! So! So! So denn! Ja, da gibt's Puschinki! Puschinki in die Fressi! Jawohl! Action! Und wenn wir es tatsächlich schaffen zum Auto, dann können wir auf jeden Fall zur Villa fahren. 3, 2, 1, raus! Gehen ja gar keine in! Nee! Naja! Hab ich mir gedacht! Heiklinge! Kneifen alle! Können doch alle nix! Genau! Ich geh jetzt runter! Runter! Ein bisschen Vorsprung wieder einholen! In den Saaten! Den Morf seh ich nirgendwo! Bin hinterm Müller! Und ziemlich perfekt eigentlich! Ne, du landest jetzt trotzdem auf dem Dach! Natürlich! Auto ist da! Na ja, klar! Lauf, Morf! Die Tür auf! Mein Gott! Bin da! Alles klar, komm rein! Oh! Oh! Ich hab schon Schrotwinte! Ja! 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 Natürlich! Ja! 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 Ich hab schon Schmerz bekommen! Super! Ich weiß nicht, er hat meine blonde Haare... Kannste deine Tüten schwingen? Aaaaah! Fucking! Das war's! Planänderung! Na was für ne Scheiße! Verdammter Stein! Wo ist das nächste Haus? Da! Ich hab ein nächster Haus! Na ja! Zack! So eine Kacke! Da steht nächster Auto! Keine Planänderung! Los! Norden 15 Grad! Ah! Geh mir los! Dreh mich nicht ein! Du brauchst jetzt nicht kuscheln! Was? Bin Meilen weit entfernt von dir! Willst du gegen den Baum hier ran oder was? Ne! Du bist in mich reingelaufen! Gar nicht wahr! Da steht sogar noch ein Auto! Ja also ich nehm das was näher dran steht! Ich auch! Keine Zeit! Ja genau! Keine Zeit! Jetzt glaube ich dir das da schon jemand sein könnte! Aber wir werden jetzt gleich sehen! Lalalalalalalala! Hahaha! Nein! Diesmal keine Seefahrt! Aber lustig ist trotzdem! Diesmal sind wir auch schon mal im Kreis! Könnten wir auch bei der Halle inzwischen Stop einlegen und uns Waffen besorgen! Sollen wir das machen? Anstatt unbewaffnet da hinzufahren! Beimarkiert! Alle? Ich weiß wo die ist! Im Schlaf! Im Schlaf! Kenne ich das! Und... Echt? Mach mal Augen zu! Und... Könnte ich jetzt! Aber... Will ich nicht! Lichten auf den Tisch! Stohle! Uah! Dreck! Hab ich nix! Gewehr den Shit! So! Zack! Hier! Nix! 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 Ach! Mein Gott! Hier liegt gar nix! Das kommt mir komisch vor! Schrotflinte hier oben noch! Ohne Pistole! Rotflinte hab ich! Rotflinte! Kugeldings! Bums! Müller hast du schon irgendwo zu schießen? Nein! Köpfecken! Zweier Weste! Hier raus gucken! Pfanne! Hier liegt nur ne Schrotflinte! Willst die wieder nicht! Alles klar! Pfanne! Nö! Ich schau lieber mit der Pfanne! Ach! Ich bin zu dumm da hoch zu springen! Ist shit egal! Komm wir fahren! Will keine Schrotflinte! Auch keine Pistole? Nix! Nö! Jetzt bin ich mal gespannt! Da hinten ist es schon! Wo ist denn der Lootrop? Seht ihr den? Nö! Nö! Dann ist der genau über uns! Da steht ein Motorrad! Hüpf! Nö! Hüpf! 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 Ich höre mal nichts knallen! Ich höre keine Laufgeräusche! Aber! Was interessantes sehen tue ich doch! Haha! Zack! 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 Ne! Hier ist wirklich keiner! Sehr schön! Ich nehme Scharfschützenzeug! Diesmal! Also für SGS so ein Zeug! Okay! Willa bei mir liegt ne Vector! Oh sehr schön! Kann ich die Muni hier gleich mitnehmen? Dreck! Und der M16 darf ich liegen! Das ist alles liegen! Für dich! Sehr gut! Direkt im Eingang! Ich habe ne AK! Yes! Ich habe 8-fach Visier! Bei mir liegt ne Uzi! Volles Programm! Kann ich nicht gebrauchen ne! Bescheid! Kann ich nochmal aufnehmen! Ist hier einer schon drinnen ne! Da ist doch was in unserem Bett! Ich habe noch einen Schnellwechsel AR Miller! Das lege ich dabei! Brauche ich einen Rucksack! Brauche ich auch! Wenn ihr noch einen findet ne! Ja! Habe ich auch noch nicht! Mündungsfeuer! Miller hier wo ich bin! Schmeiße! Schmeiße! Da draus! Ja! Da liegt auch noch ein Mündungsfeuer MG! Ja! Und vertikaler Griff! 2er Weste bei mir im Haus! Haufenweise Munition für die komische Knifte da! Hier liegt ne AK liegt hier! Pass auf! Ich nehme die AK und haue die M16 raus! Muni! 90 Schuss AK! Äh äh äh! Dingens Muni! Ja! Wisste doch! 5mm Muni! 5mm Muni! Für die grüne Muni halt! Nicht 5mm! Doch! 5mm! Er meinte ich komme jetzt drauf! Natürlich! 5,56! Da macht es nichts! Braucht die keiner? Der Müll! Ja! Ich brauche sie! Aha! Seh mal Antwort kriegst du das Weihnachtendom! Geh außerhalb in das Haus! Die praktische Lagerlatt noch hier drüben Da war ich drüben da Naja Die war aber ein praktisches Lager, das brauche ich für die Backdoor War da sonst noch was im Haus? Ne ne? Ob nicht Guck mal rum Besser ist das Ja Zweier Weste lag, da lag alles mögliche, hab ich doch gesagt Da alles lag Ich habe noch einen Rotpunkt gefunden Hier ein Mündungsding für Eier und so ein Shit, wollte ich alles hier brauchen Bring ich euch mit Was ist die Zweier Weste bei dir im Großen Haus? Im Großen Haus war das, ja Weißt du wo, ne ne? Ne, kann ich nicht sagen, im zweiten Stock oder so meine ich Das Bull hat er eben vergessen, danke Ja, bitte Die Sonnegrüne Muni bring ich dir mit, Männer Na schön Morph, hast du keine grünen, brauchst du keine grüne Muni? Nein, nein, ich habe eine AK Scheiße Scheiße Kein Schulterding irgendwie für Wangen Ne, ne Wangen Dingsbums Und in der Häuser außerhalb war da auch schon In einem, ja In einem Also nicht in dem südlichen Da wo ich jetzt drin bin Na so, alles klar Kein Visier, nix, ey War Muni für mich da Hier war auch einer drin, die Tür ist doch offen Das Muni Wart ihr dat? Da wo du bist, ja Ich glaube, da könnte ich gewesen sein Nicht, dass ich eben danach gefragt habe, ob hier schon jemand drin war Hier war noch keiner Hier war noch keiner Sehr gut Also Safttechnisch sieht bei mir total bescheiden aus Bei mir liegt ne Umpe Braucht keiner's Ja Wenn du sie nicht brauchst, komm ich sie gleich hol Ich bin gerade zu dem anderen äußerlichen Haus gerannt Äußerlich im Haus Ja Aus außerhalb halt Ich bin auch ganz äußer mich Brauchen könnte wir ein Visier Irgendwas Rotpunkt Kann ich da hinschmeißen Ja dann Ich komm jetzt gleich Keine Verbände, nix Keine Verbände, da geb ich dir 5 ab Mehr krieg's ja nicht Wo ist die Umpe? Die Umpe ist weg Wie aufmerksam Die mehr hab ich nicht Auch nicht Getränke hab ich einen Red Bull Ha 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 Liegt doch in dem Haus drin, wo du warst, Hemm Außerhalb, gell? Nein, innerhalb von dem Haus Ja Da rennt jetzt der Müller Hemm Nee, der hat doch die Vector Hier, hab ich noch grüne Muni Wer will das trotzdem hin und ran kontrollieren Ach, nur noch nicht die Hose Verdammt nochmal So Die ist schick Äh, meine ist besser So, und jetzt? Meine ist eingeschwitzt Wir könnten noch zu dem Hartenhaus ein weiter gehen Wie ist es der Morph tot? Doch nicht Doch, fast Er läuft noch Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier rechts In unserem Westen Er ist raus Jo Haha Pass auf Oh Gehirn Hahaha Steht er jetzt hier, oder was? Ja, der ist raus Das OMT ist raus Weg mit ihm Zack Ich wollte nur das Auto holen Ich wollte nur das Auto holen Ich habe mich gekillt Hatten zweier Rucksack Hat haufenweise Munition Hier, für die Ja Ich halte mich erstmal Ja, äh Jetzt bist du genau vor dem Auto gehüpft Ich komme hoch Hahahaha Loll Loll Ich habe mich gerade Da bist du wieder Jo, mein Internet hat ich Verabschied gehabt Ja, auf einmal hat sie nur noch 1% Leben Und, äh Bis, äh Neben Miller am Auto hergelaufen Hä, ist aber satt Schuss Aus So, hier So, hier Airmagazin nehme ich raus Zack Da hat die Scheiße in den hier Den raus Komm Mit dem Uni So Das wäre nicht weit In Richtung Süden Sollen wir da hinlaufen Auto stehen lassen Jo, wa? Ja, warte Aber ich muss mich erstmal Zu Ende eilen Ich gehe Oh Hä, die Schüsse kommen Aus Richtung Krater oder so Ich gehe noch in der Hütte hier gucken Kannst du dir doch vom Morph so ein Ding einwerfen Naja, mach ich halt gerade Wie viel Koffer hast du jetzt? Drei Drei Und einen Energy habe ich jetzt noch Hier ist noch eine 2er Weste Der Miller ist wie im Dreck vom Wir fahren Ist das keine 3er? Ne Oder? Ne, ist nur 2er Wir fahren nebeneinander Aber auf der Miller Fünf Meter vor mir Ich fahr den Hügel hoch Springe aus dem Auto Ich fahr drüber Blöp Auf einmal Verbindungsprobleme Und dann Babb Wart weg Auch TS und so Das sieht schlecht aus Das sieht schlecht aus Ich glaube wir sollten das Auto doch noch mitnehmen Nehmen wir Auto mit Jo Ich komm zurück Hier wir fahren die Seite hin Ich habe ein Kreuz gemacht Ungefähr Da hinten Achso bei dem Baum verladen ganz Ja So ein bisschen Da die Seite auf jeden Fall Weißt du wo es hügelig wird Ja 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 Hast du ein Visier Ich hab nur ein Holo Halt Hier kriegst ein Vierfach Oh Der glütige Helm Ja Na komm nehm ich deine Karre Komm Einsteigen Im Kackschritt Im Kackschritt Du kannst jetzt trotzdem noch zugucken Ja Wie geht das denn Wie ist das denn normal Ich hab keine Ahnung Bei mir war ich auch angezeigt Bevor der Müller nicht Äh Gefinished hat Oder was Hier mit dem Kreuzzeichen Da ich mehr aufgerufen werden hätte können Loll Normalerweise wirst du immer Ich hab dich erschossen Also das hat man noch nie gehabt Dass einer Reconnecten kann Ja Sorry Das wusste ich nicht Das neue haben die das geändert? Das weiß ich nicht Da müssen wir noch mal drauf achten Ja Ja Bist du sie gegen gerannt? Dumpf dagegen gerannt Ja ich weiß ich weiß Da will ich nicht hin Geradeaus vor uns wäre Äh jetzt weiter links wäre du Erdrop Lass das doch hier raus Soll ich den Motorrad direkt hier oben Wir sind wir im Deckung Auf jeden Fall sind hier immer welche Ja Hier ist gut ja Ja aber in den Klippen sind immer welche Ja ja So mal gucken Siehst du einen? Ich sehe einen laufen Äh 210 Grad 10 Grad nicht Ja jetzt sehe ich ihn auch nicht mehr Da lief er aber Da rennt er Jetzt sehe ich ihn Er ist leider dahinter Ah jetzt sehe ich ihn auch wieder Ja ja Zwei Mann Soll ich ballern? Sonst du? Entfernen Drei Mann Drei Mann Nein Drei Hundert Vier Hundert Soll ich machen oder nicht? Oh Jetzt werde ich beschossen Von wo? Von wo? Aus dem Haus Unten aus dem Haus Ne? Ja ja Sehen Linke Fenster Du hast glaube ich auf 400 stehen Ja ich habe jetzt auf 300 Runde rum Wir müssen eine Minute Wir müssen nach vorne Wir müssen nach vorne Auf weg Hast du nichts heilbares mehr? Ja doch Erstmal ein Stück laufen Na Die am Haus Ja Gar nicht so übel Milla guckst du den Berg hoch Richtung Süden? Ich gucke in die Richtung woher wir gekommen sind Was darf ich? Er geht schon los Muss mich hin hauen Muss mich hin hauen Von hier kann er mich nicht Woher kann der mich nicht treffen? Ich sehe Ich sehe Ah da hinten Ja ja ich sehe sie Der Nordosten Bei mir Ist aber jetzt bei mir hinter dem großen Stein Die kommen jetzt Ja Die müssen ja hier hoch Die müssen hier hoch Und zwar schnell Ich muss mich heilen Guck du in die Richtung dass du da hin voll hast Ja 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 Die verrecken außerhalb Wir sehen Ja weg da Bleib hinterm Baum in Deckung Endlich tot Endlich tot Wollen wir hoffen dass die auch das waren Jetzt sehen die Komm Weiter In Richtung Zone Ich glaube nicht dass dann einer von lebt Ich guck nochmal Ich sehe nichts unter uns Die drei Doch 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 Ich habe einen gesehen Da kommt noch Da kommt noch einer ja Ich bin nochmal erwischt Es sind nochmal zwei sogar Zwei Einer ist ausgemacht Ich bin ausgenockt Wille der kommt Ja 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 Er ist ausgenockt Sehr schön Oh Wille Ja ja Oh Wille 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 Sind wir ein paar Sekunden Jetzt läuft er noch weg Er krabbelt immer noch da rum der Typ Ja ist echt egal Lass ihn krabbeln Ja 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 Wird jetzt erledigt Da muss aber noch einer sein Sonst wird er nicht krabbeln Er ist unten lang ran bestimmt Oh jetzt bin ich ausgenockt Hoch Über die Kante Schnell Was hat er denn Wo bist du Komm 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 Ja gar nicht schneller krabbeln Krabbel Jetzt bleib stehen 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 bleiben Stehen bleiben Jetzt Ah genau Habe ihn Habe ihn Oh Sechzehn Sekunden Danach müssen wir uns erstmal heilen oder weiterlaufen Nein nein Wenn du aufstehst sofort Heilkoffer einwerfen Sofort Zack Highkoffer Ja Wand geht Weißte Ist da noch was? Schmerzmittel Auf Du bist in der Wand drin Oh Mann Ja 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 Nicht mehr Boah keine Deckung hier Komm die Steine Komm komm Nein reichen nicht Reichen nicht Preise Airdrop Ich weiß Keine Zeit für den Scheiß Airdrop Musst du Miller jetzt helfen Miller kraucht Sehr schön So Mal heilen jetzt Wieder Elf Mann Sind hier rechts neben uns welche ist die Frage Acht Auch kein Helm mehr Scheiße Ich hab auch noch Ich soll ich da hinten grauchen Beste ist an die Auge im Arsch Ich soll ich da hinten grauchen oder nicht Morph Ja Da dürfte keiner Ja ich sag nix Ist ja gar nix Sonst ist das Pferd nachher falsch Also ich würd hinkrauchen Anlei Wenn der da hinten hinter den Wo 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 Sind 3 Rucksack und Adrenalinspritze ist drin Toll Nehm ich mit danke Dann kannst du gleich den Spritzer einhauen Wozu Voll Ich bin doch nicht tot Der Balken ist da unten voll Der Balken ist da unten voll So weiter runter den Berg ne Mache ich doch Na 4 Leute So ein Team sein wahrscheinlich Ne Glaube ich nicht Ja meinste Ein Team Da können auch mehrere sein Ich weiß es nicht Ich glaub von rechts kamen welche Ja Da kommen sie Kommen sie Ich seh sie Ja sie sind direkt hier vor uns Glaub ich Und ich bin nicht im Kreis Ich bin Arschbacke draußen Ich meine ich hätte sie gehört Geh weg Guckst du nach links Ja Ja da ist er Geradeaus hier wollen wir vom Baum Links neben dem Baum ist er Ja ich seh ihn Ja ich seh ihn Drum läuft mich Sind zwei Rechter Baum ist auch noch einer Helm Ja er ist hinterm Stein Oh ich werd schon noch beschossen Ja bin ausgenockt Gut flankiert haben sie Crunch Odin Hinterm Stein direkt bei dir Ich zieh jetzt alles klar Jetzt liegt er Down Einer noch Wo ist der Den hinterm Stein hast du ne Ja Ja Ich hab ihn gesehen Keine Ahnung wo der ist Ich seh ihn Welcher Baum ist das Der rechte Da hinten Genau Der da Ja Ich bin drin mein Freund Du nicht Da kommt er Jetzt kommt er rechts Genau am Baum Habe ich gesehen Habe ich mich aber nicht Habe ich gesehen oder nicht Ich schmeiße Granate Noch eine geschmissen Ich bin drin Sauber Fickendinner 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 Schaut in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abonnierde, Daumen hoch. Tschüss. Tschüss.